Wir haben uns nun grundlegendes Wissen über das Compositing angeeignet und was noch erwähnt werden soll ist, dass das Compositing ursprünglich aus der 3D-Grafik stammt. In der 3D-Grafik können natürlich 3D-Modelle eingesetzt werden. Diese werden dann mit verschiedenen Lichtquellen berechnet und diese verschiedenen Bilder unter verschiedenen Beleuchtungssituationen können dann in Photoshop miteinander kombiniert werden. Wir wollen nun aber eine 2D-Illustration composen und das bedeutet, wir müssen alle Ebenen, die für das Compositing benötigt werden, von Hand anfertigen. Und das Allerwichtigste, was wir dafür benötigen, ist eine gute Vorzeichnung. Ich habe hier schon mal etwas vorbereitet, denn das Anfertigen einer Zeichnung soll nicht Gegenstand dieses Trainings sein, aber einen kurzen Überblick über meine Arbeitsschritte möchte ich dann doch geben. Ich habe angefangen mit einer Grobskizze. Die sah in etwa so aus. Und wie man hier sehen kann, habe ich mich für dieses Video Training mal für ein etwas leicht herzigeres Motiv entschieden. Ich habe mir gedacht, Katzen sind immer beliebt. Also möchte ich eine kleine Katze illustrieren, die sich gerade darauf vorbereitet, nach einem vorbeifliegendem Schmetterling zu schnappen. Diese grobe Skizze habe ich dann auf einer weiteren Ebene weiter ausgearbeitet. Und damit man das gut erkennen kann, werde ich hier mal die Deckkraft der groben Skizze etwas reduzieren. Dabei habe ich die Pose noch etwas optimiert und vor allen Dingen habe ich für viel sauberere Linien gesorgt. Und selbst dieses Ergebnis war mir dann noch nicht sauber genug. Ich habe dann in einer dritten Ebene noch einmal alle Umrisse, die ich hier als Outline bezeichnet habe, nachgezogen, so dass ich eine wirklich präzise Zeichnung habe. Und jetzt kann ich mal hier die Deckkraft ganz reduzieren oder tatsächlich kann ich auch die unterliegenden Ebenen einmal deaktivieren. Und dann sehen wir, was letztendlich unsere Vorzeichnung ist. Es ist sehr wichtig, dass wenn wir in der 2D-Illustration komposen wollen, dass wir eine sehr präzise Vorzeichnung haben, denn alle Ebenen, die wir nachträglich übereinander legen wollen, müssen die gleichen Umrisse haben, müssen sich an die gleiche Geometrie sozusagen halten. Ich habe also versucht, hier eine Vorzeichnung zu erstellen, die in ihrer Präzision schon einem 3D-Modell nahe kommt. Man wird vielleicht auch merken, dass ich hier einige Linien auf der Figur eingezeichnet habe, zum Beispiel hier über den Kopf verlaufend, die eigentlich gar nicht in einer Zeichnung auftauchen müssten oder auch hier unten am Bein. Diese Linien sollen mir einfach dabei helfen, den Formverlauf auf der Figur besser einschätzen zu können. Diese Mittellinie hier auf der Stirn zum Beispiel wird mir sicherlich wertvolle Dienste dabei leisten, eine Schattierung auf dem Kopf anzulegen, weil ich so besser sehe, wie die Rundung dieses Kopfes genau verläuft. Und das Gleiche gilt auch hier unten für diesen Hinterlauf. Wenn ich diese Linie nicht hätte, dann würde dieser ganze Bereich hier etwas diffus sein und ich müsste mich dann wirklich fragen, was genau eigentlich dort passiert, welche Oberflächenkrümmungen wir an der Stelle vorfinden. Und diese kleine Linie hier markiert mir einen Verlauf auf der Oberfläche, so dass ich besser einschätzen kann, wie hier sich die Oberfläche eigentlich genau, ja wie sie verläuft. Und diese Vorzeichnung hier ist jetzt unsere Grundlage, auf der wir unsere Compositing-Ebenen erstellen wollen und ich denke mal, damit sollten wir jetzt direkt loslegen. Vielen Dank! Vielen Dank.